dann schauen wir mal was waren das hier? nicht die Mine oder? sondern diese eine normale Höhle müsste das gewesen sein wir werden sehen hm, wo war das weit? ey, ist aber wieder Plötze ich weiß es nicht war ich hier nicht schon drin? ne, da ist ein Krieger na klar, hier war doch dieses Labor rechts, oder? ne, doch, na klar, hier das ist jetzt sehr shit wenn es diese eine versteckte Truhe ist das war diese eine versteckte Truhe ist das bitter weil ich glaube, man kann den ganzen Kram ja auch vorher schon finden jetzt noch die Stiefel vor allem, wenn wir jetzt den ganzen Weg erst mal zurückreiten total unnötig fette, fette Umwege ne, los, dreh dich los, los! hau rein! ich hasse dich, Plötze ach, auf einmal! jetzt geht's oh, die Pilot will wieder nicht ach, Plötze stell dich nicht so an 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 das Eindbildschöne Festung, hab ich das schon mal gedacht nur hundertmal oder so, ne? jetzt müsste ich mich hin links halten jetzt müsste ich mich hin links halten noch funktioniert's guck, wie lange noch das Wasser ist ganz schön seicht und da, hell one fuck not wo ist Vieh? ja und willst du mir damit sagen und jetzt bestimmt mir ein Bär ach, noch Lähmer ich zieh mich jetzt hier am Hang entlang hm, ne Höhle? bitte mit Zurück-Port-Knopf ach, bitte ach, bitte komm, Wegpunkt du willst es auch hm 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 ja, ne ja, ne ja, ne ich ja, ne ja, ne ja, ne ja, ne und er lässt es ins Gelege. Eigentlich könnte ich ja jetzt schon mal gucken. Handschuhe, meisterlich und verbesserte. Okay, ich denke mal, ich kriege die alle zusammen. Ja, die meisterlichen Wolfs Sachen fehlen noch. Meisterlich überlegen und verbessert sind die drei Stufen. Und ich glaube, zwei dieser Stufen kriegt man komplett von Fragezeichen. Und nur eine muss man hier so aufwendig suchen. Vielleicht sogar zwei, ich weiß es echt nicht. Aber die meisten gibt es halt einfach bei normalen Schatzsuchen. Das weiß ich, da bin ich mir sicher. Hier gab es doch so da gegenüber. Wenn ich jetzt mal kurz neugierig. Wollen wir sie hinein. Vorne in die Bucht. Hm, rumkehren oder weiter gehen. Okay. Oh, oh. Gar nicht mal so wenig Freunde. Ich muss da lang. Ey, ich muss da lang. Nur ritt mich einfach. Ich bin ja nicht da. Das ist voll der unnötige Umweg hier, ey. Halleluja, brother. Lass mal noch schön Bein brechen. Damit er auch gar nicht mehr nach Hause schwimmen kann. Die Sau. So. So. Da ist da ein einzelner Ertrunkene. Die werden hier mal so verteilt links und rechts stehen. So wie er hier jetzt auch. Nope. Ist nicht, Kollege. Ach, hier ist Plätze. Zurückgelassen worden von mir. Wenn wir den... ...gleichen Rückweg antreten. Plätze hast dich ins Aus manövriert. Ich seh's schon. Dann lauf ich halt unbedingt weiter. Das ist auch echt blöd. Das was heißt, zu tief zum Stehen und zu... ...flach zum Tauchen. Oder zum... ...whatever. Wow. Ah, ich fühl's wieder seicht. Ich hab grad auf den Rücken geflogen. Schau sehr witzig aus. Ich fühl's wieder seicht. Das ist gut. Das ist echtes Wasser. Das ist mein Lieblingswasser. Das ist mein Lieblingswasser. Ich finde mal schön, dass diese grobe... ...na, wie nennt man das? Infrastruktur... ...Relief... ...beibehalten haben. Dass man's wirklich... ...wiedererkennt aus The Witcher 1. Wo man ja hier nicht viel Zeit verbracht hat. Ah. Hauptschluss. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als kniefig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissener. Ja. Das lassen wir Abarlach nie vergessen, dass er ja das letzte Mann der Welt war. Der Ziele bei der Flucht vor der wilden Jagd. Oh nein. Ne, in Ochsenfurt, hier kann ich eh nicht reiten, ne? Plötze kommen zumindest an. Hi. Hey. Don't mind me. Just spread him some swag. Ey. Nicht mit Art? Was ist denn hier los? Achso. Easy. Das war schon alles. So, Bär. Oh. Zu hoch, aber bis jetzt waren er ja keine großartigen Gegner. Hoffen wir einfach mal, dass er so bleibt. Herz geblutet. Wieder dieses Ziel. Der hat seinen Meister gefunden. Der, dein Halsabschneider. Ich glaube, ein Hexer. Der war mir nochmal der, die arme Sau, die ich abgemokst hab. Weiß ich schon gar nicht mehr. War das Hurensohn? Ne, Hurensohn hat sich hier abgesetzt. Aber der war ja eigentlich aus... Stimmens. Aus... Eigentlich kam er aus... Novigrad. Ach. Ach. Easy peasy. Easy. Wow. Ja. Well shit, Rudi, wa? Doch nicht hier. Hm? Oh. Sind ich eh schon die, die ich schon an hab? Ja, toll. Ach, guck an. Ui! Perfektes Wetter für eine Reise. Ja, ich bin gar nicht so weit weg. Der Schatz müsste ja noch hier sein, oder? Ne. Das galt schon als der Schatz. Also ihr seht, die meisterliche Rüstung gibt es komplett in einem Stück. Bei so einer Schatzstelle. ... ... ... ... ... Heim. Heim? Heim, ne? ... ... ... ... Plätze hat keinen Bock heute, oder? Plätze wenig. Drück X wie so ein Blöder. Tut sich nichts. Immer noch nicht. Das ist einfach wunderlich. Aber hat wieder mein Lieblingswort.